Das ist schön. Wir haben hier ein paar Räder, endlich ins Haus. Ich zeige dir die... ... und... 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 ... Elch-Use aus Greifswald. Vielen Dank für den Harris-Use. Willa her ausappingen nochs in Kirill und Saddam, Hauptstad pane. Arzt von Hupenheimen, Martin Hennig und Edelsbauer. Familie, sei halt. Auf der ersten Seite heute kommen wir bei der kleinen Paus von der Stühle der Show-Preservation. Ich habe noch fünf. Ich begrüße dir, aus dem Kanal Silvio Nent. Sechs Wochenende, heute noch ein, zwei, drei, zwei, drei, 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 drei. Aber das schon. Okay, noch ein paar zwei, drei. Jetzt wird das für uns mal wieder auf den Schaufel. Und wir haben das größte Projekt in Sport. Und wir haben das größte Meisterin, der Akkommasiven, Kalträfteam, Sascha Alexander. Und wir haben das größte Meisterin, der Akkommasiven, Kalträfteam, Sascha Alexander. und Heinrich, EconomicEM und kurz zu Alan Zeitar, So, jetzt ist es natürlich schön, dass es mit den ganzen Tempel eines сорioern Römer Erichstein! Gut gemacht. Jungen, die Herben sind in der ersten Saison gebrochenet! Lecker bist du schon mit der Muskel-Sahre, der Armi! Zu gerne in der Rothege der Muskel-Sahre! Herzlichen Glückwunsch! Der nächste Klassiker ist mein Name, der bei der Siegung des Klassiker der E-Super-Fraktion hat, Gabriel Hügel der Klammermann! Schauen Sie sich das an! Und deswegen, ein Platz von Kino, zweitens präsentiert, Lomano Dommaschio. Heute haben wir den Spassort der Lipschitzung. Ich weiß nicht, dass wir das Spass haben. Das ist ein Spass, das ist ein Spass. Das ist ein Spass, das ist ein Spass. Ich bin ein Gansespferd, das ist ein Spassort für meine Sporter und einen Applaus für unsere Ruhne und auch hier in Grieven! Ich bin ein Gansespferd, ich bin ein Gansespferd! Ich bin ein Gansespferd! Ich bin ein Gansespferd! Also hier ist das. Wir gehen mit euch vor 3 Wochen aus. Aus der Grünen ist auch die erste Sonne. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Ecke. Und das ist eine schöne Party hier. Also viel Spaß bei der 5. Ecke sind auf der Ecke. Vielen Dank! Vorher, hier, und der erste Sonne. Ein Schundhause. Als schon mal hatte ich die Lüge der Bank gesehen. In der wir noch viel in die Full-Runde. Aber was in der Nachhinein auch? Ich bin volunteering. Und als erstes will ich Ihnen wieder an der Schundhause anstellen. Oh, Jesus.